Hallo zusammen, ich habe wieder ein paar süße Szenen von meinen süßen Meerschweinchenbabys erhascht und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier sieht man auch ganz deutlich, wie die Geschmäcker verschieden sind. Der kleine Junge frisst gerne Eisbergsalat und Madame kämpft hier mit diesen Petersilienstängeln. Und das fand ich so niedlich und da habe ich gedacht, ich muss euch unbedingt das zeigen. Ich muss ein kurzes Video davon machen, wie die sich hier abkämpft mit dem Stängeln. Das ist doch zu putzig. Ich finde, da kann man stundenlang zugucken. Irgendwas stellen die zwei immer an. Jetzt sind sie gerade sehr aktiv am Fressen. Und da ist noch einmal der Stängel. Die gibt nicht auf. Also dieser Stängel, das gefällt dir zu gut. Und der schmeckt wahrscheinlich auch zu lecker. Und irgendwann legen sie dann wieder bei der Mutti unterm Bauch und chillen ganz gemütlich. Aber wie die mit dem Stängel da hantiert, einfach zu putzig. Also das wollte ich euch auch zeigen. Vielleicht könnt ihr euch auch daran erfreuen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt euch mal in die Kommentare ein. Also, tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, euern- Vielen Dank.